Yo Leute, aus aktuellem Anlass eine Eilmeldung zu Illuvium und zwar ist Illuvium gehackt worden. Ihr seht hier diesen SILV-Token und der ist eingebrochen. Also Illuvium ist in der Hinsicht gehackt worden, dass der inoffizielle SILV-Pool, der wurde quasi durch eine Schwachstelle angegriffen und die Eindringlinge waren in der Lage eben, ja ich weiß nicht wie viele hunderttausend SILV zu minten und die dann zu verkaufen und das Team ist dann aber auch reingegangen und hat irgendwo quasi gekauft, also das Team von Illuvium und jetzt versucht diesen Pool halt einfach auszuschalten, aber da der Pool inoffiziell ist, hat da niemand eine Macht drüber und ich will euch einfach sagen, kauft jetzt momentan kein SILV, weil SILV ist ja auch für den Land Sale und es gab einen Snapshot, weil Illuvium selber hat es bekannt gegeben, also dieses ganze Hacking, dieses Smart Contracts vom SILV um 20.29 Uhr. Ich habe lustigerweise um 20.22 Uhr noch gekauft SILV, weil da ging es schon runter. Wir schauen mal kurz. Hier, 20.22 Uhr, da habe ich noch gekauft, weil da war es auf 387, da habe ich mir noch 1,4 SILV geholt, weil wie gesagt für den Land Sale und dann, als ich gesehen habe hier, das geht runter in den Keller, da habe ich gedacht, was ist los, ich muss mal den Discord checken und dann da das Announcement gesehen, das offizielle, wir können uns das auch noch kurz anschauen, das offizielle Announcement dazu von Illuvium selbst. Eine Sekunde, Leute. Das lautet nämlich, In order to stop a security floor from being executed, we have had to take the step of rescuing the SILV pool. This is not something that we undertake lightly as soon as we can get a snapshot of the true owners of SILV. Also, lange Rede, kurzer Sinn, die haben das hier gepostet, ihr könnt selber lesen und es ist eben so, dass es einen Snapshot gibt, der ist jetzt, ich war auch in der Diskussion hier drin, weil zuerst war nicht klar, wann war der Snapshot, vor der Nachricht, nach der Nachricht, da ist jetzt aber quasi mit Zeit dieser Nachricht, bekommen die Leute, die jetzt davon betroffen sind, in einer neuen SILV 2 Version, neue Tokens. Also, da wird sich jetzt darum gekümmert, es wird ein neues Announcement geben in den nächsten 12 bis 48 Stunden, aber momentan, wie gesagt, ist hier die ganze Sache im Chaos und wer hier jetzt einkauft, also der kann damit nichts mehr anfangen. Im Landsale ist nichts, also da geht nichts mehr und ja, deshalb nicht, dass er jetzt auf die Idee kommt, nice, das Ding ist gedroppt, ihr holt euch jetzt ein T4 Land oder so in Illuvium, weil das hat keinen Wert mehr. Wie gesagt, es zählt die Zeit vom Snapshot, wer bis dahin SILV hatte, der bekommt neue und nach dem Snapshot ist der Markt quasi, ja, eingebrochen oder beziehungsweise nicht mehr offiziell für Illuvium und für den Landsale einfach verfügbar, was da passiert ist, hat keine Auswirkung. Wie gesagt, es ist brandaktuell, das ist gerade passiert, die Diskussionen laufen auch jetzt noch im Discord, also ich lade euch das Video auch direkt hoch, das ist, wie gesagt, jetzt gerade passiert das alles. Der Illuvium-Token selber, der ist zum Glück nur ganz leicht betroffen hier, der ist bei 882, aber wer weiß, im All-Time-High lag das ja auch schon mal anders, aber diese Geschichte hier liegt sowieso am Gesamtmarkt, dass sich das so gut hält, liegt daran, dass Illuvium einfach ein Hammer-Team hat, eine nice Community und die Leute halten hier halt noch zusammen. Es gibt ein paar, die verkaufen, aber es gibt immer noch sehr, sehr viele, die an dieses Projekt glauben und deshalb hat es auch so einen hohen Kurs, weil schaut euch das im All-Time-Verlauf mal an, das hat ja auch mit, ja, zwischen 50 und 100 Euro angefangen und war mal hier im All-Time-High auch schon auf über 1600. Und ja, weil viele Leute investieren, viele Leute halten viel von dem Projekt und ja, ich bin selber auch quasi jetzt mit Vor-Investor mit meinem SILV-Pool, den ich gerade habe für den Land-Sale und ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Ich halte euch auch auf dem Laufenden, ich poste auch die Tage nochmal einen Clip zu Illuvium, den bin ich eigentlich gerade am Vorbereiten und jetzt kam das hier noch dazwischen, hat mich auch ein bisschen überrascht. Zum Glück habe ich vor Snapshot-Time gekauft und nicht nach Snapshot-Time hier im Illuvium. Also ihr seht, was abgeht, der Token, der rast immer weiter nach unten, jetzt sogar schon auf 39,60 Euro und macht auf keinen Fall den Fehler noch einzukaufen, weil das Ding ist absolut wertlos und damit beende ich jetzt auch die ganze Nachricht und lade den Clip sofort hoch, damit ihr alle informiert seid. Also, aber ich freue mich trotzdem auf Illuvium, ich vertraue immer noch dem Projekt, ich werde weiter investieren, auch in den Land-Sale und in das Projekt generell. Ich freue mich auf das Game, das wird ein Hammer-Ding. Wartet auf den Clip, den ich wahrscheinlich am Freitag poste. Leute, haut rein!